Das da ist ne Stadt. Die ist groß, viele Menschen leben da drin und es gibt viele unterschiedliche Gebäude. Irgendwann haben sich ein paar schlaue Menschen in Chicago gedacht, hey, lass mal die Struktur der Stadt untersuchen. Ja, das haben die dann auch gemacht. Entstanden sind dabei die drei Stadtstrukturmodelle der Chicagoer Schule. Und eins davon, das Ringmodell, nehmen wir heute mal unter die Lupe. Alles klar, das Ringmodell ist das älteste der drei Stadtstrukturmodelle. Das wurde nämlich schon 1925 von dem kanadischen Soziologen Ernest Watson Burgess entwickelt. Das ist der Typ da rechts. Erstellt hat er das Modell mit Untersuchungen in Chicago. Das Ganze ist aber auch auf andere Städte übertragbar. Man ist sich übrigens nicht ganz einig, wie man das Modell eigentlich nennen soll. Wir haben es mal Ringmodell genannt. Man findet aber auch die Begriffe Kreismodell, Zonenmodell oder Modell der konzentrischen Ringe. Also nicht wundern, das beschreibt alles das gleiche Modell. Okay, wie sieht dieses Modell denn jetzt genau aus? Burgess geht davon aus, dass die Stadt sich von einem bestimmten Punkt aus kreisförmig ausgebreitet hat. Dabei sind vier Ringe entstanden, die um eine Zone in der Mitte angeordnet sind. Insgesamt gibt es also fünf Zonen. Jede der Zonen hat dann bestimmte Eigenschaften und wird unterschiedlich genutzt. Ganz in der Mitte haben wir das Stadtzentrum mit dem Central Business District oder kurz CBD. Hier haben wir viele Geschäfts- und Verwaltungsgebäude, zum Beispiel Banken, Einkaufszentren oder das Rathaus. Allgemein befindet sich hier also das wirtschaftliche und politische Zentrum der Stadt. Deswegen sind hier auch die Bodenpreise ziemlich hoch. Darauf haben nicht so viele Leute Bock, deswegen wohnen die Stadtbewohner eher in den anderen Zonen der Stadt. Direkt um das Stadtzentrum herum folgt dann die sogenannte Übergangszone. Hier gibt es viele große Wohnblocks, die bei der ersten Ausbreitung der Stadt entstanden sind. Auch Fabriken, für die im Stadtzentrum kein Platz war, sind hier zu finden. Häufig wird in die Sanierung der alten Wohnblocks nicht mehr investiert und sie verfallen deshalb immer mehr. Allgemein ist es also nicht so geil, hier zu wohnen. Deswegen trifft man hier auch eher die arme Stadtbevölkerung an. Teilweise entstehen dabei sogar richtige Ghettos mit einer sehr hohen Kriminalitätsrate. Anders sieht das beim nächsten Ring aus. Hier haben wir die Zone der Arbeiterbevölkerung. Hier wohnen also die Leute, die zwar nicht super reich sind, aber zumindest mehr Geld haben als die Menschen in der Übergangszone. Man spricht dabei auch von der unteren Mittelschicht. Diese Menschen haben höhere Ansprüche und leben deswegen nicht in Wohnblocks, sondern in Mehrfamilienhäusern. Weiter außerhalb kommt dann die Zone der oberen Mittelschicht. Die haben ein gut situiertes Leben und können es sich deswegen leisten, in hochwertigen Einfamilienhäusern zu wohnen. Ganz außen haben wir dann schließlich die Pendlerzone der Stadt. Die befindet sich im Umland außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen. Hier wohnt die Oberschicht auf großen Grundstücken und in ziemlich schicken Häusern im Grünen. Hier ist es also echt ganz nett. Für die Arbeit fahren die Menschen dann immer in das Stadtzentrum. Daher kommt auch der Name. Insgesamt fällt also auf, dass wir beim Ringmodell einen krassen Zuwachs des sozialen Status von innen nach außen haben. Wer zunächst als mittelloser Einwanderer in der Stadt ankommt, siedelt erstmal im ersten Ring nahe des Stadtzentrums. Je höher man sich dann arbeitet, desto weiter nach außen wandert man innerhalb der Stadt. Bis man vielleicht sogar das schöne Leben in der Pendlerzone genießen kann. So zumindest die Theorie. Tatsächlich hat dieses Modell aber auch ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Vor allem die Tatsache, dass es nur ein Zentrum in der Mitte gibt, ließen viele Experten nicht durchgehen. Denn verschiedene Subzentren, die es praktisch in jeder Stadt gibt, bleiben damit vollkommen unberücksichtigt. Auch der geringe Realitätsbezug wurde bemängelt. Denn mal ehrlich, welche Stadt hat schon einen so perfekten kreisförmigen Aufbau wie in dem Modell? Genau. Keine. Das alles führte dazu, dass später die zwei anderen Stadtstrukturmodelle der Chicagoer Schule entwickelt wurden. Alles klar soweit? Dann nochmal zum Mitschreiben. Das Ringmodell ist eines von drei Stadtstrukturmodellen der Chicagoer Schule und wurde 1925 von Ernest Watson Burgess entwickelt. Es unterteilt dabei eine Stadt in vier Ringe, die um das Stadtzentrum herum angeordnet sind. Zunächst die Übergangszone, dann die Zone der Arbeiterbevölkerung, die Zone der oberen Mittelschicht und schließlich die Pendlerzone. Insgesamt haben wir dabei einen Zuwachs des sozialen Status von innen nach außen. Das ganze Modell hat aber auch Kritik abbekommen. Zum Beispiel die fehlende Berücksichtigung von Subzentren fanden viele Leute nicht so geil. Hi, hier ist Alex von SimpleClub. Das ganze Thema findest du jetzt hier in der SimpleClub App. Dort gehen wir noch viel mehr ins Detail und gehen alle Dinge durch, die in deiner Klausur drankommen werden. Also klick jetzt hier und hol dir kostenlos die SimpleClub App.